Aria-Aria-Piraten Yoho Ja Gut Ich werde jetzt einfach in Zukunft jede Challenge die ich mache mit einem dieser Kaufbedeckungen machen und ja wenn ich dann keine mehr übrig habe muss mir eine neue kaufen oder so Ja werde ich mal einführen einfach weil es lustig ist heute mal als P-Rollot Aua Damit es auch ein bisschen lustig ist Das lustige Spiel aus dem Englischunterricht aus der Englischprüfung kennt jeder der mal eine Englischprüfung gemacht hat Listening Test nennt man es auch Heute werde ich die Challenge angehen Wait the game in 1-5 words Or in Numbers Mal sehen wie lange das Kopftuch hält Beginnen wir mit dem ersten Kirby Planet Romobot Kirby Planet Romobot Schönes Kirby Spiel für 3DS Großartig Sims 3 3 Etwas Geentöniges Lebenssimulationsspiel Mit Charakter Naja Rhythmus Rhythm Paradise Megamix Anstrengendes Rhythmusspiel Rhythmusspiel ist ein Wort mit lustigen Minigames Animal Crossing Animal Crossing New Leaf Kann man gut zwischendurch spielen Phineas Phineas und Firb Volle Fahrt Lustiges Kinderspiel nicht für Erwachsene Mitopia Mitopia Wundervolles Projekt 2017 Auf Zwergförst.rp Gehirnjogging Macht Schlau Und Spaß Rechnen Naja Wollen wir mal gelten lassen Pokémon Diamanten Edition Pokémon Diamanten Edition Mein erstes Pokémon Spiel Ever Super Mario 3D Land Geilstes 3D Jump'n'Man für 3DS Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel Geile Spielreihe bester Vertreter davon Ultimate NES Remix Wundervolle Spiele Der NES Zeit The Legend of Zelda Spirit Tracks Ein Großartiges The Legend The Legend Of Zelda Ja gut Wollte mehr sagen, aber reicht Pokémon Omega Robin Großartige Story Aber Schlimme Top 4 Ja Ja Das war's mit den Games Die ich in One to Five Words Or Numbers gewaitet habe Ja, ich hoffe euch hat's gefallen Däumchen nach oben und was euch gefallen haben Lasst auch ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid Und ein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfrust verpassen wollt Ja, ihr seht auch dort Das Video entstand Noch bevor Das Regal angebracht wurde Ich vermute das Video dazu kommt noch vor Diesem Video, wird noch vor dem Video ausgestrahlt Aber Ja, ich produziere das so ein bisschen vor Mal schauen wann dieses Video online kommt Ja Gehabt euch wohl Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag Man sieht sich Haut ranne Ja 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 Das war's ! Immerlich cùng Die Deine Deine Ja Ja Untertitelung des ZDF, 2020